Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Cloud. Weiter geht's ins Kolosseum und wir haben die Eintrittskarte, ich ahne, gut ist. Es war ja noch einfach herauszufinden, was wir beim letzten Boss machen mussten. Aber bei dem... Karte erhalten, du kannst ins Kolosseum. Ich werde das Tor öffnen. Werden wir vielleicht mehrere Kämpfer haben, weil es ist ein Kolosseum. Reinspaziert, es hat schon angefangen. Ich ahne, übel ist. Ich ahne, übel ist. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Sieg. Minotaurus Joey hat bereits 38 Gegner in Folge geschlagen. Gibt es noch ein Geschäft dieser Welt, das bereit ist, sich dem Zorn dieser Naturgewalt auszusetzen? Oh, ich hab Lampenfieber. Ah, da haben wir sie. Neue Herausforderer. Sieht nach einer bunten Truppe aus. Aber in ihren Augen lodern wütende Flammen. Kandidaten, lasst den Kampf beginnen. Sind die verrückten, äh, mutigen Herren bereit zum Kampf ihres Lebens? Nein. Zweta, in diesem Wettkampf geht es um die Sonnenkugel. Diesen seltenen Gegenstand brauchen wir unbedingt, um den Sonnenriesen fertigzustellen. Gewinnst du dieses Duell, gehört sie uns. Jungs, anscheinend ist nur dieser Kämpfer, eine Kämpfer übrig. Wenn du ihn schlägst, haben die es geschafft. Kein Problem, oder? Also Jungs, jetzt oder nie, seid bereit, vor euren Schöpfer zu treten. Hey Jungs, bereit? Ja! Nun zum 39. Kampf. Junge Männer riskieren ihr Leben im Kampf gegen diesen unbändige Macht. Fertig, los! Scheiße. Du zuerst, Zenita. Wenn es zu hart wird, kann ich übernehmen. Wir sind am Mondkrieger, Minotaurus Joe. Äh. Äh. Wow. Wow. Ähm. Vielleicht? Ist es ja auch egal. Keine Wirkung. Ich habe gerade keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe gerade keinen Plan, was ich machen soll. Äh. Jetzt ist er wieder schneller geworden. Ah, ich habe es. Nee, das war nicht das, was ich dachte. Die Waffe ist scheiße. Nichts. Hurra Annöyle. Ah. Äh. Nein, ich hab keinen Plan. Ich guck mal kurz nach. Bevor das hier ewig geht. Sorry, Leute. Okay. Okay. Ach, komm. Alter. Alter. Das war jetzt nicht wirklich gut. Scheiße. Wir brauchen noch ein Fass. Hier gibt es doch noch irgendwo Fässer. Alter, willst du mich verarschen? Von hinten angreifen? Fick dich, Bastard. Oh, das war nicht gerade gut. Käse. Ich steck dir gerade fest. Das war scheiße. Okay. Ich steck dir gerade fest. Okay. Reparieren. Gegenstand. Scheiße. Scheiße. Das war ganz gut. Ich steck dir gerade fest. Ja. Ich steck dir gerade fest. Ich steck dir gerade fest. Ah. Okay. Komm her. Komm her. Na. Nein. Ach komm, fick dich, du Bastard. Komm her. Ich hoffe, dass der... Ich hab ein Problem. Ach, jetzt weiß ich, was mein Problem ist. Ich hab Durst. Komm her. Komm. Das war's. Ups. Endlich ist die erschütternde Macht des großen Minotaurus Joe gebändigt. Er ist besiegt. Er hatte einen Rekord von 38 klaren Siegen in Folge. Neuer Champion des Kolosseums ist... Das stehlende Monster, Meister Zwinita. Gibt es eine tapfere Seele, die sich diesem jungen Helden stellt? Halt. Hm. War ganz einfach. Was? Zwinita. Also her mit der Sonnenkugel. Da haben wir sie doch. Sonnenkugel erhalten. Wow. Einfach so. Gut. Und jetzt zurück nach Gelbstein. Jetzt könnten wir den Sonnenriesen fertigstellen. Warum baust du ihn nicht eigenhändig zusammen? Ich hab das Gefühl, dass ich Platin schon vermasselt habe, indem ich das Schlangenschwert irgendwo reingemacht habe. Ach, stimmt ja. Das war das, was noch gefehlt hat. So. So. Ähm. Sind wir das jetzt? Muss ich wieder da hoch? Ist auch irgendwie doof gemacht hier. Ah! Ja, was jetzt? Ich bin fertig. Mit wem soll ich reden? Mit dir? Toll. Ah! Voll geile Erklärung. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Hm. Richt mich grad ein bisschen auf. Ich bin gleich wieder da. So, und wieder zurück. So, jetzt hab ich das scheiß Ding eingefügt. Hier müsste doch auch was passieren. Vielleicht muss ich doch in die Mitte laufen. Oder irgendwie hier. Ach, ich lauf einfach mal hier rum. Irgendwas wird schon passieren. Irgendein Ereignis. Vielleicht bei dir? Oder hier? Ich hab doch was gemacht! Oder ist der richtig gebaut? Vielleicht sind die Teile wirklich nicht richtig gebaut. Das ist er, das ist links. Das ist er, das ist links. Also, ich hab' ich auch mal hier drauf. Ich hab' ich auch mal hier raus. Ich hab' ich auch mal hier raus. Ich hab' ich auch mal hier raus. Ah! Ah! So vielleicht! So vielleicht! So, jetzt passt doch alles. Oder? Das ist doch jetzt richtig, oder? Ähm... Nein. Ist jetzt alles richtig? Das ist doch jetzt links, oder? Und das jetzt doch alles rechts. Oh, lass das bitte stimmen. Na komm. Ja, jetzt stimmt alles. Boah, schwierige Geburt. Stimmt, da ist ja noch was. Jungs. Ausstellung. Verstanden. Also das ist unsere Aufgabe. Hört gut zu. In Blue Terror haben sie momentan ziemlich viel Ärger. Ein Monster namens Jin verschlingt hier den Erdboden. Und ich rede viel zu schnell. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wuhn die Daten hier drin? Und dann sch знаете das ast Jak Meyer. Und jetzt ist das erste Mal. Und dann geht das hier. Und dann chickens... Dian, du sawi ja noch in. Vielen Dank.